Vor ein paar Tagen noch Winterjacke, in den nächsten Tagen dann definitiv T-Shirt. Der Mai startet mit erstklassigem Sommerwetter und der Feiertag lädt im ganzen Land zu Ausflügen ein. Und damit herzlich willkommen zu den Wetteraussichten. Der Frühsommer dreht jetzt so richtig auf, da sind die Frostnächte aus der letzten Woche schnell wieder vergessen und auch zum Tanz in den Mai könnte das Wetter kaum besser sein. Im Temperaturradar seht ihr um 20 Uhr am Dienstagabend, abgesehen von den Küstenregionen verbreitet noch mehr als 20 Grad. Selbst bis Mitternacht bleibt es mit 15 bis 18 Grad noch sehr mild. Wer noch ein bisschen länger Ausdauer hat, sollte dann vielleicht doch an eine dünne Jacke denken, denn bis zum Morgen kühlt es sich auf 10 bis 12 Grad ab. Das Wetterradar zeigt außerdem, dass der Abend und die Nacht so gut wie überall trocken verlaufen. Lediglich im äußersten Nordwesten ist ein kurzer Schauer nicht ausgeschlossen. Auch am Feiertag tagsüber dominiert die Sonne, es liegt allerdings wieder ein wenig Sahara-Staub in der Luft, sodass der Himmel nicht überall strahlend blau sein wird. Trotzdem solltet ihr an den Sonnenschutz denken, denn die Sonne hat jetzt schon richtig Kraft. Dazu liegen die Höchstwerte verbreitet um 25 Grad. Am wärmsten wird es nach jetzigem Stand mit bis zu 28 Grad entlang des Niederrheins. Hinzu kommt im Tagesverlauf ein recht lebhafter Südostwind hier im Windradar an den gelben Farben zu erkennen, der den sommerlichen Eindruck zwar nicht trüben wird, aber vor allem in der Osthälfte für eine hohe Waldbrandgefahr sorgen wird. Im Südwesten, etwa vom Schwarzwald bis nach Nordrhein-Westfalen, könnte es abends einzelne Wärmegewitter geben. Das ist aber zum jetzigen Stand noch ziemlich unsicher. Genießt in jedem Fall das tolle Sommerwetter am Feiertag, denn schon in der zweiten Wochenhälfte mischt sich schon wieder ein Tief-ins-Wetter-Geschehen bei uns ein. Dazu aber mehr in den nächsten Tagen bei uns. Ich bin Niklas Weise von WetterOnline. WetterOnline